Hallo und herzlich willkommen beim Open Science Kurs des Teams Open Science am Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Konstanz. Mein Name ist Gabriel Schneider und dieses Modul zum Thema Repositorien zur Speicherung und Veröffentlichung von Forschungsdaten wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Elisabeth Böker erarbeitet. Sie werden zunächst lernen, was ein Repositorium ist, welche verschiedenen Arten es gibt und worin diese sich unterscheiden. Abhängig von Ihrer Forschung und Ihren Daten gibt es verschiedene Repositorien, die Ihnen zur Auswahl stehen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie das passende Repositorium finden und woran Sie es erkennen können. Haben Sie sich für ein Repositorium entschieden, geht es an die Veröffentlichung der Daten. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie dabei achten sollten. Um Ihnen die Arbeit mit einem Repositorium zu erleichtern, erklären wir Ihnen einige grundlegende Funktionen und wie Sie diese benutzen können. Für Repositorien haben sich mittlerweile verschiedene Arten von Zertifizierungen entwickelt, von denen wir Ihnen zwei, das CoreTrust-Ziel und das Nestor-Siegel, kurz vorstellen werden. Als Abschluss erklären wir, was man unter dem Begriff Metadaten versteht. Ein Repositorium ist ein Speicherort für digitale Objekte. Hierbei kann es sich um verschiedene Arten von Objekten handeln. Beispiele sind Forschungsdaten oder auch andere wissenschaftliche Publikationen wie Zeitschriftenartikel. In diesem Modul fokussieren wir uns jedoch hauptsächlich auf Forschungsdaten-Repositorien. Repositorien sind über das Internet zugänglich und können in den meisten Fällen über einen Webbrowser besucht werden. Nutzerinnen und Nutzer können dann im Bestand recherchieren, auf Daten zugreifen bzw. sie herunterladen oder selbst eigene Inhalte veröffentlichen. Grundsätzlich kann man, abgesehen von der inhaltlichen Ausrichtung, zwischen drei verschiedenen Arten von Repositorien unterscheiden. Unter einem institutionellen Repositorium versteht man ein Repositorium, das von einer Institution betrieben wird. Dies können zum Beispiel Universitäten, Hochschulen oder außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sein. Der Bestand eines solchen Dienstes ist sehr heterogen, da hier Datensätze aus den verschiedenen Fachrichtungen einer Institution veröffentlicht und gespeichert werden können. Das Repositorium ist auf die Bedarfe der an der Institution arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgelegt. Ein Beispiel für ein institutionelles Repositorium ist das Forschungsdaten-Repositorium einer Universität. Das Veröffentlichen ist meistens nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der jeweiligen Institutionen möglich. Fachspezifische Repositorien ermöglichen die Veröffentlichung von Daten aus bestimmten Wissenschaftsdisziplinen. Dies führt zu einem relativ homogenen Datenbestand. Dadurch eignen sich fachspezifische Repositorien oftmals als eine gute Anlaufstelle, um selbst nach Daten zu recherchieren. Ein solcher Dienst kann durch seinen Fokus stark auf die Bedarfe der jeweiligen Community ausgerichtet sein. Neben diesen beiden Kategorien existieren zusätzlich noch generische Repositorien. Diese sind nicht auf spezifische Fachrichtungen oder die Zugehörigkeit zu einer Institution eingeschränkt und bieten somit eine allgemeine Anlaufstelle für alle Arten von Forschungsdaten. In vielen Fällen wird das Repositorium nicht von einer wissenschaftlichen Institution betrieben. Ein Beispiel für ein generisches Repositorium ist Zenodo. Wenn Sie Ihre Forschungsdaten veröffentlichen wollen, müssen Sie das passende Repositorium dazu finden. Eine gute Möglichkeit dafür bietet re3data.org. Hier steht Ihnen ein Dienst zur Recherche von Forschungsdaten-Repositorien zur Verfügung. Über eine typische Suchfunktion können Sie nach Begriffen suchen und die Ergebnisse über viele verschiedene Filter einschränken. So können Sie die Treffer für Ihren Bedarf bestmöglich anpassen. Eine weitere interessante Möglichkeit der Recherche bietet die Option, Repositorien auf Grundlage Ihrer fachlichen Ausrichtung zu suchen. Re3data bietet dafür die Funktion Browse by Subject, die Sie über die obere Navigationsleiste erreichen. Hier werden die einzelnen Fachrichtungen kreisförmig angeordnet. Mit einem Klick auf eines der farbigen Elemente des Kreises gelangen Sie eine Ebene tiefer in das jeweilige Fachgebiet. Möchten Sie doch nochmal auf einer höheren Ebene stöbern, klicken Sie einfach in das mittlere Element des Kreises. Sind Sie auf der tiefsten Ebene angekommen, führt ein Klick Sie auf die Ergebnisliste der passenden Treffer. Wie Sie sehen können, befinden Sie sich nun auf einer Ergebnisseite der Suchfunktion, die mit entsprechenden Filtern eingeschränkt wurde. Ist Ihnen eine textliche Ansicht der Systematik lieber, können Sie diese anstatt der Visualisierung nutzen, um die passende Fachrichtung für Ihre Daten zu finden. Wählen Sie dafür Text im oberen Bereich der Seite aus. Die Systematik wird nun in Form einer Liste dargestellt und Sie können die gewünschte Wissenschaftsdisziplin auswählen. Um Ihnen die Veröffentlichung Ihrer Daten in einem Repositorium zu erleichtern, haben wir einige Kriterien gesammelt, auf die Sie bei der Publikation achten sollten. Generell sollten Sie Ihre Daten bei einem fachspezifischen Repositorium aus Ihrer Wissenschaftsdisziplin einreichen. Diese Dienste sind auf typische Datensätze der jeweiligen Fachrichtung eingestellt und können somit einen bestmöglichen Umgang mit den Daten gewährleisten. Weiterhin kann das Repositorium in der Community bereits bekannt sein. Dies erhöht die Chance, dass Ihre Daten von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Ihrem Fachgebiet gefunden und nachgenutzt werden können. Haben Sie sich für ein Repositorium entschieden, sollten Sie die Richtlinien des Dienstes prüfen. Achten Sie darauf, dass Ihre Datensätze vom Umfang und von den Inhalten her in den Datenbestand des Repositoriums passen. Wollen Sie Ihre Daten möglichst offen zugänglich machen, sollten Sie überprüfen, welche Möglichkeiten das Repositorium Ihnen hier bietet. Dies können Sie oft ebenfalls in den Richtlinien erkennen oder indem Sie sich bereits veröffentlichte Datensätze anschauen. Achten Sie dazu darauf, unter welchen Lizenzen die anderen Inhalte veröffentlicht wurden. Je nachdem, welche sensiblen Inhalte Ihre Daten enthalten, kann es relevant sein, in welchem Land sich der Server des Repositoriums befindet. Informieren Sie sich darüber, indem Sie die Webseite des Repositoriums durchsuchen und gegebenenfalls beim Betreiber des Dienstes nachfragen. Mittlerweile haben sich verschiedene Zertifizierungen für Forschungsdaten-Repositorien durchgesetzt. Zwei der prominentesten Beispiele sind das CoreTrust-Ziel und das Nestor-Siegel. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt auf diese beiden Siegel eingehen. Generell belegen diese beiden Beispiele die Vertrauenswürdigkeit eines Repositoriums und wenn der von Ihnen ausgewählte Dienst zertifiziert wurde, können Sie sich auf die langfristige Speicherung und Erhaltung Ihrer Daten verlassen. Sollten Ihre Daten im Zuge eines Projekts entstanden sein, das durch Drittmittelförderung finanziert wurde, kann dies mit Auflagen in Bezug auf die Veröffentlichung einhergehen. Diese sollten Sie unbedingt berücksichtigen. Generell sollten Sie die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis stets beachten. Die auf der vorherigen Folie angesprochenen Zertifizierungen stellen zwei verbreitete Siegel dar, mit denen den Repositorien sich zertifizieren lassen können. Das CoreTrust-Ziel ist aus dem Data Seal of Approval und dem World Data System of the International Science Council hervorgegangen und wird von einer gleichnamigen Organisation vergeben. Anhand von 16 Voraussetzungen wird die Vertrauenswürdigkeit eines Repositoriums bewertet. Dazu zählen Aspekte wie die Versicherung eines langfristigen Zugriffs, der Bezug auf verwendete Standards oder die Gewährleistung von Sicherheit für die Daten und das Repositorium selbst. Um sich mit dem CoreTrust-Ziel zertifizieren zu lassen, setzen Repositorien ein Bewerbungsdokument auf, in dem sie zu den zu erfüllenden Kriterien Stellung beziehen und auf öffentliche Dokumente verweisen, die die erfüllten Voraussetzungen belegen. Die Zertifizierung mit dem CoreTrust-Ziel ist für einen fest definierten Zeitraum gültig und muss anschließend erneuert werden. Dies ermöglicht die Anpassung der zu erfüllenden Kriterien auf neue Entwicklungen und Herausforderungen. Das Nestor-Siegel für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive basiert auf der DIN-Norm 31644 und prüft ebenfalls die Vertrauenswürdigkeit eines Dienstes. Auch diese Zertifizierung wird auf Basis einer Selbstevaluierung durch das bewerbende Repositorium durchgeführt. Dazu werden 34 Kriterien überprüft. Hierzu zählt unter anderem die langfristige Interpretierbarkeit der Repositoriumsinhalte oder das Vorhandensein von Erhaltungsmaßnahmen. Bei Erhalt des Siegels wird dieses mit einer Jahreszahl versehen und ist formal auf unbestimmte Zeit gültig. Um Ihnen die Nutzung eines Repositoriums zu erleichtern, möchten wir kurz einige grundlegende Funktionen erläutern. In den meisten Fällen werden Sie ein Repositorium über Ihren Webbrowser bedienen. Sind Sie selbst auf der Suche nach Daten, um sie für Ihre eigene Forschung nachzunutzen, können Sie dies in verschiedenen Repositorien tun. Die meisten Dienste verfügen dabei über eine Suchfunktion. Diese kann sich jedoch zwischen einzelnen Repositorien im Umfang und in der Bedienung unterscheiden. Die meisten Repositorien bieten Landingpages für jeden einzelnen Datensatz. Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu diesem Datensatz, Metadaten genannt, und die Forschungsdaten selbst. Anhand der Metadaten können Sie zum Beispiel überprüfen, ob die Forschungsdaten relevant für Sie sind und unter welchen Bedingungen sie nachgenutzt werden können. Wenn Sie selbst Daten in einem Repositorium veröffentlichen möchten, ist dies in vielen Fällen über Formulare möglich. Dabei werden Sie gezielt durch den Veröffentlichungsprozess geleitet. Oftmals werden Sie dabei aufgefordert, Ihre Daten selbst mit Metadaten zu beschreiben. Was Metadaten genau sind und warum sie wichtig sind, werden Sie im nachfolgenden Abschnitt des Moduls lernen. Unter Metadaten versteht man Daten, die strukturierte Informationen über andere Daten enthalten. Generell unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Arten von Metadaten. Bibliographische bzw. administrative Metadaten, inhaltsbeschreibende Metadaten und technische Metadaten. Für verschiedene wissenschaftliche Fachdisziplinen haben sich Metadatenstandards entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Community zugeschnitten sind. Dabei versteht man unter einem Metadatenstandard eine Sammlung an Metadatenfeldern, die zu einem bestimmten Gebiet oder Thema zusammengestellt wurden und in Kombination miteinander genutzt werden können. Damit Metadaten ihr volles Potenzial entfalten können, sollten sie optimalerweise maschinenlesbar sein. Die bibliographischen Metadaten enthalten grundlegende Informationen über einen Datensatz. Dazu gehören ein Titel, die Angabe der Datenautoren bzw. des Datenautors oder das Jahr, in dem die Daten veröffentlicht wurden. Diese Art von Metadaten ist größtenteils generisch und unterscheidet sich nur wenig für Daten aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. Beispiele für Metadatenstandards in diesem Bereich sind das Datasite-Schema und Dublin Core. Ersteres wird für die Vergabe eines Digital Object Identifiers verwendet, wozu Sie etwas im Modul 4.3 persistente Identifikatoren lernen werden. Inhaltsbeschreibende Metadaten sind wichtig für die Auffindbarkeit von Forschungsdaten, da sie für die Suche verwendet werden können. Diese Metadaten sind stark disziplinsspezifisch, da die inhaltsbeschreibenden Metadaten direkt vom Inhalt der Forschungsdaten selbst abhängen. Beispiele in dieser Kategorie sind Schlagwörter oder Angaben über den Beobachtungsgegenstand. Technische Metadaten sind relevant für die Garantie eines langfristigen Zugangs zu den Daten. Diese werden in vielen Fällen automatisiert bei der Veröffentlichung der Daten erhoben und müssen somit nicht von der Wissenschaftlerin oder dem Wissenschaftler selbst bereitgestellt werden. Beispiele für technische Metadaten sind Dateiformate, die Dateigröße oder Prüfsummen, die generiert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt prüfen zu können, ob eine Datei verändert wurde. Damit sind wir am Ende dieses Moduls angekommen. Mit dem hier vermittelten Wissen sind Sie in der Lage, das richtige Repositorium für Ihre Daten zu finden. Außerdem kennen Sie nun den Begriff der Metadaten und wissen, warum diese wichtig sind. Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne immer an das Team Open Science am KIM wenden. Wenn Sie sich selbst weiter mit dem Thema Forschungsdatenmanagement beschäftigen möchten, bietet die Informationsplattform forschungsdaten.info einen guten Überblick. Möchten Sie mehr zum Thema Open Science lernen, stehen Ihnen im Zuge dieses Kurses die folgenden weiteren Module zur Verfügung. Für eine weitere Vertiefung finden Sie hier die Quellen des vorliegenden Moduls, sowie hier die Abbildungsnachweise. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und die Teilnahme an diesem Modul. Die Testung bei Apostelmet dies mit dem Modulverenzierung ist für eine GETAV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV-AV. Untertitelung des ZDF, 2020